Die sind doch nicht so unfreundlich mit einer Person, die wo ein Kollege ist vom Eskola. Raus! Ja, ja, raus. Darf ich Sie begarten? Also, eine Unverschämtheit hier einfach einzudringen, wo sich doch in Potsdam oder Jüterbock niemand erfreschen. Also, fahren wir fort. Wir müssen alles unter dem Gesichtspunkt planen, dass wir nachts angreifen. Das Unternehmen Klapperstorch beginnt morgen um Mitternacht. Wann haben Sie unsere Speer losgeschickt? Vor drei Stunden, Herr Oberst. Sehr gut. Das ist ja ein Preis. Was? Wo? Ich kenn's gut an die weißen Hosen. Das weiß ich noch von 66. Ein Preis, auf meinem Grund. Da werden wir ja die ganze Wiese sauer. Ja, tust du denn du nicht schleifst? Druck dich! Du Heuhupfer! Oh! Hände hoch! Ja, aber... Geh, dann mach mal auf dem Theater. Mach mal Theater und komm mit. Prost, Herr Fellwebel. Ja, Prost. Und Dreck. Zaunweh hab ich. Ein Bier hilft immer. Nix hilft. So, reinkommen. Das wär der erste preußische Gefangene. Und wenn's der Kaiser Wilhelm wär, mir wär's wurscht. Aber so ein Zaunweh. Ich kann mich über die 여자 Appliote. Wobe Tigerste énormément auf das? Wobeizu Familie compoundsixiert hat. undبد gab es auf mit einem drrendo, Ich bin da seid.